Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Seelenreiten und es ist mal wieder angebracht ein paar Irrlichter zu sammeln und dafür geht es zurück auf die vergessenen Felder, denn heute schaffen wir wieder die nächste Stufe beim Seelenreiten mit Riannon und dafür machen wir uns am besten zur Reiterina, da haben wir gemerkt, dass wir von da aus schneller rüberkommen. So, und dann holen wir uns mal ein paar Irrlichter, die sind sogar direkt hier vorne, damals richtig nah, da sind ja schon die ganzen Irrlichter rumhuschen. Ich bin gespannt, was wir heute für einen Story-Part bekommen, das ist im Endeffekt der vorletzte, denn der letzte ist dann nochmal komplett eigen, also der ist noch nicht mal aufgeführt, da bin ich auch gespannt, was das dann für einer wird. Die ersten Zehn kriegt man hier recht fix immer rein. So. No. Die sind heute immer wieder echt launisch. Die sind teilweise echt blöd zu treffen. Nein. So. Und die letzten acht, die haben wir noch eine ganze Menge direkt hier drüben. Und einer noch. Nehmen wir den hier. Nice. Die Irrlichter sind wirklich immer recht einfach. So, dann fehlen uns noch 300, da können wir genau, nehme ich. Ach nein, heute bekommen wir die Schuhe, sehe ich gerade. Ich nehme und sage, nehmen wir direkt die Luft zapfen. Oh nein, die sind diesmal im Nebelfall. Da haben wir tatsächlich, oh nein, wir haben sie tatsächlich hier in diesem Gebiet da hinten. Das ist mit, wenn nicht sogar das unangenehmste Gebiet. Also, da bin ich immer... Na, mit Luft zapfen dürfte das einigermaßen gehen, aber ja nichts Bösartiges, was rumkreucht und fleucht. Aber trotzdem bin ich da sehr ungern, egal bei welcher Mission. Ich weiß nicht genau, wie schwierig das mit den Luft zapfen werden wird. Das ist verhältnismäßig simpel ja eigentlich. Aber man weiß so nie. Ich sehe sie aktuell noch gar nicht hochsteigen. Ach, da sind sie schon. Ich bin mal gespannt, wie da die Luft zapfen überhaupt spawnen, weil... Das ist ja nun wirklich da ein sehr kleines Gebiet verhältnismäßig. Vielleicht ist das sogar bei dem Gebiet tatsächlich angenehmer. Alleine dieses Feld hier ist schon wieder direkt unangenehm. Ja, hier sieht es jetzt hier wieder selber. Also, man sieht hier auch echt schlecht. Aber es ist tatsächlich, wie zu erwarten war, recht... Nein, was? Habe ich das denn geschafft, da drüber zu springen? Alles recht nah beieinander. Okay, acht haben wir, neun. Boah, das ist super unangenehm hier auch wieder. Zehn. Zehn. Ja, das Gebiet ist, glaube ich, für keine Mission angenehm. Ah, meine Güte. Verdammt. Oh, oh. 13. 14. Wow. Da hinten. Ihr seht jetzt auch was, was hier auch noch ein Problem ist. Das ist die sehr, sehr... Ja, das ist die Pest, ey. Uff. 16. Nein. Man kommt hier wirklich sehr, sehr schlecht dazwischendurch. 17. 18. Oh, oh. 19. Das ist ein Spawnpunkt da hinten, ey. Auf dem Stein. Ach, und was ist das denn für ein Spawnpunkt gewesen? Nein, 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 nein. Ich sehe keine Spawnpunkte mehr. Oh, oh, shit. Noch 5. 1. 2. 3. Noch 2. 4. Und... Oh, mein Gott. Boah. Ich hatte noch niemals so schwere Luftzapfen. Also, Dundal, da hat Starstabit sich wirklich selber übertroffen. Das da hinzupacken. Also, ich glaube, wenn wir mal gucken, da gibt es bestimmt einige Gebiete, die deutlich entspannter wären als dieses Gebiet. Also, da, boah. Ernsthaft, da habe ich jetzt ganz schön, ganz schön, ganz schön, ganz schön geschluckt hier. Und wir machen nochmal das Spurenkarussell. Ach, was hat sich das Spuren wechseln? So, um mal gerade noch mal kurz runter zu kommen. Oh, Gottes Willen. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe ganz schön Schiss gehabt jetzt dran am Ende. Also, das war nicht, nicht, nicht safe. Also, ganz im Ernst. Aber dafür darf ich jetzt das Spuren wechseln mal echt entspannt. Also, da bin ich immer sehr, sehr... Gerade, weil die Trainings auch wirklich natürlich nicht failen können. Aber das war ein knappes Ding. Und da haben wir nicht mal irgendwo was berührt, weil da wären wir nochmal 20 Sekunden weg gewesen, wenn da irgendwas in der Art gewesen wäre. Aber das war es ja Gott sei Dank nicht. Ich habe nochmal einmal, bringt es nochmal weg. So, das hätten wir. Und das nächste Mal sind wir dann bei 65.000. Okay, ich bin gespannt. Wir holen hier unsere Droiden-Gamaschen. Okay, es gibt keinen weiteren Story-Abschnitt und wir gucken die uns mal an. Ja, die finde ich gar nicht so schlecht. Die passen auch ganz gut zu den aktuellen Sachen, die wir drauf tragen. Die finde ich sehen echt nicht schlecht aus. Die haben was. Moment. Da. Ja. Also, ich finde die gar nicht schlecht. Eure Meinung zu den Sachen gerne natürlich in die Kommentare. Mir persönlich taugen die. Also, machen wir einfach mal mit... Ja, ich finde die nice. Mir gefallen die. Die nehme ich doch gerne. Mir taugen die. Also, ich finde die sind nochmal ein bisschen was Eigenes. Dann haben wir jetzt noch natürlich unsere zwei obligatorischen Trainings. Aber die können wir dann auch noch heute machen. Aber wie taugen euch die Gamaschen? Wie findet ihr die? Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und nachher natürlich auch ab 9 zu einem Wartestream. Und dann direkt ins Update rein, wo wir da natürlich uns mal schauen, die neue Ausrüstung anschauen. Ich bin gespannt, wie sie wird. Eure Meinung zu dem diesigen Ausrüstungssachen hier natürlich in die Kommentare. Und dann sehen wir uns nachher wieder. Haut rein. Ciao, ciao. 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 Das war's für heute. Das war's für heute.